Jo, hi Jungs, ähm, kleine Ansage geschweige leider, äh, eine Pausierung von Kabal, ähm, liegt folgendermaßen, letzte Woche kam ja das neue Game Guard Update, und seit diesem Update, ähm, kann man mit Fraps nicht mehr Kabal aufnehmen, irgendwie blockt Game Guard Fraps, so, ich hab verschiedene Programme schon ausversucht, so wie das Programm, was Kabal selber hergibt, dieses Overwolf, und die Qualität ist, echt nicht schön, also, das will ich euch doch nicht antun, ihr kennt ja meine Qualität an diesen Videos, also, von den HD-Videos, was ich immer mache, ist immer noch zum CP, und das geht mit den meisten Programmen nicht, andere sagten, ich soll mir ein neues holen, aber ich bezahle nicht extra jetzt, wegen Kabal, ein ganz neues Aufnahmeprogramm, ich hab mir damals Verbs gekauft, und, das Ding, ich kenn kein besseres Teil bis jetzt, als das Teil, so, und ich möchte mir nicht umsonst, äh, nicht, unnötig, ja, unnötig, wegen, äh, ähm, sag mal schnell, wegen Kabal jetzt ein neues Ding-Programm kaufen, okay, das war's eigentlich soweit, ich finde, ich hoffe, ihr seid nicht traurig, also, es wird weitergehen mit AnCharlotte, und danach wird dann, ähm, doch mal schnell, Spyro sind wir eng, dann zwei anlaufen, also, ich wünsche euch bis dahin, viel Spaß, und bis zum nächsten Mal,